Salve! Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich bin schon wieder da und ich habe heute nicht besonders gutes Licht, deswegen habe ich das Ringlicht aufgestellt und die Brille abgesetzt, damit es nicht so blendet. Falls ihr euch wundert, ich bin nicht umgezogen, nein, es ist immer noch ein und derselbe Raum. Ein und dieselbe Wand und ich habe heute Neuzugänge für euch und es sind eine ganze Menge. Ich habe ein paar Leseproben gelesen und daraufhin mir das Buch auch gekauft. Ich habe ein paar Leseproben gelesen und mir daraufhin das Buch nicht gekauft. Und ich habe ein paar Bücher gefunden und ich habe ein paar Bücher gekauft, ohne dass ich die Leseprobe gelesen habe. Ja, darum geht es heute in diesem Video und ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß. Mich sprach vor ein paar Wochen der Sozietätsverlag an und stellte mir zwei Bücher aus dem Verlag vor. Und ich habe von beiden die Leseprobe gelesen und letztendlich ist es dazu gekommen, dass ich die letzte Meile zugeschickt bekommen habe. Es geht um Marlene und Samuel und die beiden sind verheiratet. Maria Knissel hat hier eine Geschichte geschrieben über Eltern, die ihr Kind verlieren. Und dass es tatsächlich keinen Namen für diese Gruppe von Menschen gibt. Es gibt Witwen, es gibt Waisen, aber für Eltern, die ihre Kinder verlieren, gibt es tatsächlich keinen Namen. Wir begleiten die beiden dabei, wie sie sich nach diesem Tod von ihrem eigenen Kind auseinanderleben. Es ist also ein bisschen ernstere Lektüre und es ist sehr melancholisch. Ich habe es schon gelesen und meine letztendliche Meinung dazu werde ich euch dann noch in meinem Lesemonat vom Oktober sagen. Ja, ich habe das Buch ziemlich schnell durchgelesen, kann ich sagen. Und ja, ihr dürft gespannt sein, wie ich dann das Buch fand. Das nächste Stück Literatur, über das ich mit euch sprechen möchte, ist Heimkehren von Yaa Gyasi. Ich habe die Leseprobe gelesen. Es geht in dem Buch um grundsätzlich die Sklaverei. Es beginnt sehr früh im 18. Jahrhundert. Es geht um zwei Schwestern. Die eine Schwester wird an einen reichen Sklavenhändler verheiratet und die andere wird als Sklavin nach Amerika verkauft. Die beiden Schwestern lernen sich in ihrem Leben niemals kennen. Das Buch schreibt über die Nachfahren dieser beiden Schwestern. Wir beginnen also in der Perspektive dieser Schwestern und nach und nach lernt man die Nachfahren kennen. Grundsätzlich finde ich dieses Thema total interessant, aber ich muss sagen, ich habe mir sehr schwer getan mit der Leseprobe. Ich weiß nicht warum. Ich fand den Erzählton irgendwie ein bisschen einfach. Es konnte mich nicht packen und leider ist dieses Buch nicht bei mir eingezogen. Nichtsdestotrotz finde ich das Thema total interessant. Also es ist ein Buch, was ich vielleicht auf jeden Fall noch lesen werde. Ich bin darauf gekommen durch die liebe Yvonne Lesen und so auf Instagram. Wir tauschen uns öfter mal aus über Bücher. Ich schätze ihren Buchgeschmack sehr. Sie arbeitet selber auch in einem Bereich mit Büchern und ich verlinke sie euch unten. Sie hat auch ein interessantes Instagram und dort könnt ihr vielleicht mal schauen. Und sie hat es auf jeden Fall gelesen und mir empfohlen. Ich lege es erst mal auf den Vielleichtstapel. Dann las ich eine Leseprobe und die Autorin heißt Doris Dörre und das Buch heißt Leben, Schreiben, Atmen. Ist ein Buch aus dem Diogenes Verlag und kostet 18 Euro. Und gut bei 18 Euro liest man halt vorher mal die Leseprobe. Es ist kein Schreibratgeber im klassischen Sinne. Es geht eher ums autobiografische, ums vielleicht pädagogische Schreiben, ohne dass das irgendwie wie eine Krankheit klingen soll. Es geht so ein bisschen um Selbstfindung, um Wahrnehmung, um Erinnerungen aus dem Vergessenen wieder hochzuziehen. Und das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen und deswegen habe ich es mir gekauft. Es ist bei mir eingezogen und ich habe noch nicht weiter darin gelesen. Aber ich freue mich schon sehr auf das Buch. Ich habe das jetzt auch schon sehr, sehr oft bei vielen anderen Instagrammern, bei vielen anderen Bookstagrammern gesehen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, einen Roman zu schreiben, sondern für sich selbst zu schreiben, um vielleicht andere Dinge an sich zu entdecken oder auch mit Dingen abzuschließen. Und ja, Schreiben so ein bisschen als Therapie. So würde ich es nennen. Und es soll natürlich dabei eins machen, es soll Spaß machen. Und deswegen habe ich mir das Buch zugelegt und ja, ich freue mich schon drauf und werde euch dann natürlich berichten, wenn ich es gelesen habe. Jetzt zeige ich euch ein Buch, wovon ich die Leseprobe nicht lesen konnte, weil ich es in Schottland in einem Bücherschrank mitten auf einem Dorf in der Nähe vom Kilchern Castle gefunden habe, was ich sehr, sehr merkwürdig finde. Und zwar, es geht nämlich um William Boyd, die Fotografin. Es ist auf Deutsch und natürlich sind die Bücherschränke in Großbritannien normalerweise mit englischen Büchern bestückt. Deswegen freute ich mich umso mehr, als ich es dann gefunden habe. Das Buch wollte definitiv zu mir. William Boyd habe ich schon länger auf dem Schirm, will ich länger schon mal was lesen. Und ja, da bot sich das an, dass ich mir das einfach mal schnappe und mitnehme. In die Fotografin geht es um das Berlin, Paris und New York der 30er Jahre. Eine junge Heldin, die sich Amory Klein nennt, ist Fotografin und ja, nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Ich glaube, es geht um so eine Art von Geschichte. Und William Boyd ist ja auch ein sehr literarischer Schreiber, so wie ich das beurteilen kann. In vielen Büchern, in denen es auch über Bücher geht, habe ich immer mal wieder seinen Namen gehört. Es wäre dann also auch mein erstes Buch von ihm. Ich habe ganz viel Lust auf das Buch und es kann sein, dass ihr das schon in den nächsten Lesemonaten bei mir sehen werdet. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe im letzten Lesemonat euch Tagebuch eines Buchhändlers von Sean Bythel gezeigt. In den Neuzugängen hatte ich es euch auch schon mal vorgestellt. Er hat über ein Buch in seinem Buch gesprochen und da werde ich immer hellhörig. Weil es gibt Menschen, die lesen sehr viel, deren Berufung sind Bücher. Und wenn die ein Buch empfehlen, dann interessiert mich das immer sehr. Er sagte über ein bestimmtes Buch, es hätte ihn aufgesaugt und ausgespuckt. Zumal der Titel sehr interessant klingt. Es ist nämlich Die Stadt der Blinden von José Saramago. Und ich habe die Leseprobe ziemlich schnell in einem Rutsch durchgelesen. Und ich mache kein großes Geheimnis draus. Es ist bei mir eingezogen. Bei dem Buch ist mir bei der Leseprobe zuerst aufgefallen, dass es ein einfacher, zugänglicher, unmittelbarer Schreibstil ist. Also ohne viel Schnörkel. Er erzählt die Geschichte einfach so, wie es ist. Und es geht am Anfang um einen Mann, der plötzlich von jetzt auf gleich erblindet. Ein anderer Passant bringt ihn dann nach Hause und fragt ihn noch, ob er zusammen mit ihm auf seine Frau warten soll oder ob er zurechtkommt. Und das war dem gerade Erblindeten dann doch etwas irgendwie suspekt und hat ihn dann weggeschickt. Und später merkte er dann, dass seine Autoschlüssel fehlen. Und das merkte er dann zusammen mit seiner Frau. Und erst mal reagieren die Menschen jetzt so, wie es normal wäre. Man geht nämlich zum Arzt und guckt, was mit den Augen passiert ist. Aber ich vermute dadurch, dass es ja die Stadt der Blinden heißt, dass wirklich nach und nach alle blind werden. Und das ist eine unheimlich interessante Prämisse. Was passiert dann in dieser Stadt? Und ich bin ganz, ganz heiß drauf, das zu lesen. Ich glaube, das wird auch mein nächstes Buch, was ich dann anfange. Ja, die ersten paar Seiten sind gelesen und ich bin hochinteressiert. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass eine gewisse Anziehungskraft da ist. Das kann ich schon mal bestätigen. Und ich hoffe, es saugt mich auch ein und spuckt mich wieder aus. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe ein Buch von Sarah Moss sehr gefeiert. Das war Gezeitenwechsel. Und ich verfolge ja, seitdem ich dieses Buch entdeckt habe, den Nacht- und Tag-Blog auf Instagram. Und zwar ist es selbst Nicole Seifert, die die Bücher von Sarah Moss übersetzt. Und neulich hat sie in einem Post geschrieben, dass eins wirklich ihrer Lieblingsbücher schlaflos sei. Ist auch von Sarah Moss geschrieben. Und deswegen habe ich die Leseprobe gelesen. Es geht grundsätzlich um den Konflikt zwischen dem Muttersein und der Karriere. Ein Thema, was natürlich schon oft behandelt wurde, was auch gerade sehr aktuell ist und sehr komplex ist, will ich mal sagen. Zumal ich auch selber in so einer Phase stehe. Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich eine Karriere habe. Deswegen finde ich es halt auch interessant. Und ja, ich habe die Leseprobe gelesen. Es spielt in Schottland. Es spielt auf einer Insel. Die Protagonistin in dem Buch möchte über die Kindheit im viktorianischen Zeitalter schreiben. Befasst sich also auch mit dem Thema. Und ich konnte nicht anders, als es mir kaufen. Ich fand den Anfang merkwürdig. Ich stecke gerade mitten in diesem Buch. Sollte ich vielleicht dazu sagen. Ich lese es gerade. Aber auch beim ersten Buch Gezeitenwechsel hatte sie hat so eine ganz abstrakte Art und Weise, in Bücher einzusteigen. Und man muss sich erst mal orientieren. Und das war hier genauso. Und das war erst mal so ein bisschen, was passiert hier gerade? Aber jetzt bin ich reingekommen in das Buch und habe den einen oder anderen Lacher schon abends von mir gegeben, als ich auf der Couch saß. Sie beleuchtet das Thema mit den Kleinkindern doch wirklich sehr intelligent und lustig. Jeder, der irgendwie Kleinkinder gerade zu Hause hat und sich von der Welt auf einmal nicht mehr verstanden fühlt, weil er ja der Gesellschaft etwas entgegenbringt, aber völlig von der Gesellschaft isoliert ist und sich nur noch mit primitiven Dingen beschäftigt und überhaupt nicht mehr weiß, was gerade passiert und nicht klarkommt. Solltet ihr dieses Buch lesen? Leute, Mädels, ihr seid nicht allein. Okay? Also ich kann es bisher nur empfehlen. Letztendlich werdet ihr wahrscheinlich im Oktober, im Lesemonat Oktober, dann eine abschließende Meinung dazu hören. Aber ich habe es gekauft und lese es gerade. Das nächste Buch, was ich mir gekauft habe, habe ich nicht vorher angelesen. Ich habe es empfohlen bekommen von meiner lieben Freundin, ich würde sie schon so nennen, Twig. Vielleicht kennen sie noch einige als Bücherhexe auf YouTube. Leider macht sie keine Videos mehr, was ich wirklich sehr, sehr schade finde. Ich fand, sie war eine Rarität unter den Booktypern und etwas ganz Besonderes. Sie ist, glaube ich, sehr beschäftigt und schafft es nicht. Aber sie hat noch einen Instagram-Account, den verlinke ich euch gerne. Und der heißt, ich muss es ablesen, quiz.og.knoggle. Ich vermute, da steckt ein tieferer Sinn dahinter, aber ich bin gerade einfach zu blöd, um ihn zu erkennen. Aber es ist verlinkt, ihr könnt es einfach mal angucken, gerade wenn ihr vielleicht im künstlerischen Bereich auch tätig seid. Da gibt es was zu finden bei ihr. Aber ich komme zurück zum Thema. Ich habe König Arthur und die Ritter der Tafelrunde von Sir Thomas Malory, Malory, Malory würde ich nennen. Das hier, ich würde behaupten, ist die Urfassung der Arthussaga. Die ist also wirklich schon geschrieben. 14,85 Uhr alt. Ich hoffe, es ist nicht wirklich so auch in der Sprechweise geschrieben, wie man dort sich miteinander verständigt hat. Das würde es mir wahrscheinlich ein bisschen schwer machen, aber es ist ein sehr dickes Buch. Eigentlich besteht diese Saga aus vielen, vielen Teilen. Ich glaube, zehn Büchern. Ähm, ja, fast. 21 Bücher, also es sind eigentlich 21 dünne Büchlein, die alle in diesem Buch zusammengefasst sind. Demnach hat das über 1000 Seiten. Ähm, ich habe es nicht mal angelesen. Ich kann also gar keinen ersten Eindruck jetzt euch irgendwie vermitteln. Aber was für mich schon seit langer, langer Zeit feststand, ähm, seit ich die Nebel von Avalon gelesen habe, die ich nicht bis zum Ende gelesen habe, weil ich es ein bisschen komisch fand, ist, dass ich irgendwie irgendwo nochmal eine Arthussaga lesen muss, um mir ein Bild von dieser Saga zu machen. Ich bin ja Fan von solchen Geschichten. Und, ähm, zur Grundausbildung gehört dann einfach eine vernünftige Arthussaga, habe ich mir überlegt. Als nächstes fasse ich drei englische Lektüren zusammen, von denen ich nicht genau weiß, ähm, ob sie auf Deutsch übersetzt sind. Ihr dürft gerne in die Infobox schauen, ähm, ob das so ist. Die würde ich dann einfach mitverlinken. Ich fange mal ein bisschen Lama an. Ich habe ja erzählt, ich war in dem Bücherschrank und, äh, da habe ich natürlich nicht nur ein Buch mitgenommen, sondern von, wie heißt sie, Lillian Beckwith, An Island Apart. Und, äh, hier steht A Haunting Story of Love and Loss and the Struggle for Existence and Desolate Hebridian Islands. Also es geht um die, äh, inneren oder äußeren Hebriden in, äh, Schottland. Das ist diese Inselgruppe im Westen, die ja auch, ähm, berühmt, berüchtigt ist für ihre Schönheit. Und, ähm, ich weiß nicht, worum es geht, ehrlich gesagt. An Island Apart würde ich jetzt mal behaupten, ähm, dass zwei Liebende sich auf zwei Inseln befinden und die eben nicht so viel Kontakt haben können, aber dann vielleicht doch einen Weg finden. Ich weiß nicht, ob das, ähm, wertvoll ist. Ich weiß es nicht. Mich hat einfach dieser Satz hinten drauf gecatcht. Und deswegen habe ich es mitgenommen und, äh, ich werde euch wissen lassen, wenn ich es lese und ob man damit was anfangen kann oder eben nicht. Das zweite Buch, äh, aus Großbritannien, aus Schottland und zwar aus Glencoe. Wir waren ja in Glencoe, das schönste Teil in Schottland. Und, äh, ich gucke mir dieses Video ständig an. Ich, ähm, möchte eigentlich nur noch da sein. Dort gab es ein kleines Café und einen Bookshop. Also dieses Prinzip, ähm, gibt es da sehr oft, ein Café und Bookshop integriert, was natürlich uns Leser, ähm, auf jeden Fall positiv auffällt. Ich habe mir dort ein Buch gekauft, mitten in Glencoe. Es heißt A Croft in the Hills und es geht um die Einsiedelei von Landwirten in Schottland. Also eine Geschichte über ein Paar, die in der Nähe von Loch Ness, ähm, etwas kaufen und sich dort ihr Leben aufbauen. Es soll ein etwas ruhigeres Buch sein, hat mir dort der Inhaber des Shops erklärt. Ähm, aber es ist mehr oder weniger auch ein Klassiker, weil 1960 ist das zum ersten Mal veröffentlicht worden. Und ich verlinke es euch unten, wenn ihr genauere Infos wollt, weil ich habe es auch noch nicht angelesen. Ich kann euch noch nicht viel dazu sagen, aber es ist mein ganzer Stolz. Ich werde es nie weggeben, auch wenn es ein blödes Buch ist, weil ich habe es mitten in Glencoe gekauft. Und ich werde sogar den, ähm, Preissticker mit dem Pfund nicht abmachen. Es hat echt acht Pfund gekostet. Eigentlich ganz schön viel für so ein kleines Taschenbuch. Das dritte Buch habe ich nicht aus Schottland mitgebracht. Das habe ich davor fast fertig gelesen. Als ich aus Schottland wiederkam, habe ich es dann zu Ende gelesen. Ähm, die Leseprobe, ähm, wanderte ganz lange auf meinem Kindle herum. Ich habe das mal aus irgendeinem Artikel herausgefischt, was mir jemand mal zugeschickt hat über Bücher aus Schottland. Äh, so bin ich irgendwie dazu gekommen. Und neulich, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ihr dürft gerne hier rufen. Ähm, hat mich jemand auf Instagram auf dieses Buch aufmerksam gemacht. Ähm, sie hat es gelesen und sie war sehr begeistert. Es gibt drei verschiedene Titel dafür. Das eine ist Korak. Das andere ist The Witchlight. Und das dritte ist The Highland Witch. Und das ist nicht nur irgendeine, ähm, fiktive Geschichte über eine Hexe, äh, die in Glencoe in den Highlands war. Sondern es ist, gehört fest zur Folklore in Schottland. Und jemand hat sich hingesetzt, mich Susan Fletcher, die jetzt übrigens auch ein Buch rausgebracht hat. Jetzt im Oktober, am 27. Ähm, das ich auch unbedingt lesen möchte, weil es dort um ein mysteriöses Haus in England, ein Landhaus geht. Aber das ist was anderes. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, dass ich dieses Buch bereits gelesen habe. Wie ich es fand, werdet ihr natürlich im Oktober erfahren. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich es nicht bereut habe. Praise be. Die nächsten drei Bücher sind von einer oder derselben Autorin und, ähm, wahrscheinlich wissen schon viele, worum es geht. In letzter Zeit habe ich einen ziemlichen großen Hype da drum gemacht. Der Pipa Verlag sprach mich an, ob ich, ähm, meine, ähm, Menschen, die mir so bei dem zugucken, was ich so mache, vielleicht nicht mal auffordern möchte, nochmal die Bücher von Margaret Atwood zu lesen. Und ich bekam zunächst, ähm, den Report der Markt. Und zwar ist das die Schmuckausgabe. Und, ach, ich hoffe, es fällt mir jetzt nicht alles runter. Ähm, das Vorsatzblatt sieht so aus. Es sind also alles Märkte. Wer das Buch noch nicht kennt, ich versuche es mal mit einem Satz zusammenzufassen. Es ist eine Dystopie und es geht um den Staat Gilead. Gilead, die Frauen sind mittlerweile auf der Welt sehr viel unfruchtbarer, als das heute noch der Fall ist. Und, ähm, die Frauen, die noch fruchtbar sind, werden zu Leihmüttern versklavt. Und sie müssen immer diese Tracht tragen. Und Gilead ist selber, ist ein Staat. Also ich finde, das ist so ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an die Aymischen. Nur ein bisschen futuristischer. Ähm, und vielleicht noch so ein Hauch DDR, weil da sehr viel Mangel existiert in den Supermärkten. Totalitär durch Waffengewalt. Überall stehen die sogenannten Augen rum und beobachten alle Menschen, vor allem die Mägde. Oder die Haushälterinnen, die sich Marthas nennen. Ich kann nur sagen zu diesem Buch, dass ich das bis heute bei mir nachhalte. Ich habe damals die Taschenbuchversion gelesen, in zwei Tagen. Es ist nicht die beste Dystopie, die ich je gelesen habe. Ich mag nämlich keine Dystopien. Es ist also die einzige Dystopie, die ich verehre. Also ich finde, das, was Margaret Atwood dort mit wenig Aufwand konstruiert hat, mit ganz einfachen Dingen, aber so eindringlich und so beklemmend, ist großartig. Ja, und dieses Buch wurde bereits, ich glaube, in den 80ern geschrieben. Und ja, sie entschloss sich aufgrund der vielen Leserfragen, die sich aus diesem Ende dieses Buchs ergeben, entschloss sie sich einfach, 30 Jahre später nochmal ein Buch darüber zu schreiben und die vielen Fragen zu beantworten. Es ist sehr auffallend wegen dem, ja, neongrünen Cover. Es ist übrigens ein Wendekover und das hat natürlich auch einen tieferen Sinn. Die Zeuginnen, es spielt in Kanada und in Gilead. Wir lesen hier die Perspektiven von drei verschiedenen Personen. Wir lesen die Sicht aus einer Perspektive einer Tante. Die Tanten sind dazu da, um die Leihmütter zu züchtigen und auch zu foltern und so weiter und so fort. Und die Tante, die wir hier lesen, ich kann es ja verraten, ist kein Spoiler, ist Tante Lydia. Und Tante Lydia kennen wir auch aus Report der Markt schon. Dann gibt es hier eine Person, die so ein bisschen zwischen den Stühlen spielt und die halb in Gilead und halb in Kanada ist. Und es gibt noch eine dritte Person, die wirklich nur die Perspektive von jemandem kennt, der in Gilead selber aufgewachsen ist, geboren und aufgewachsen ist und dort sich einfach an die Regeln halten muss. Alles drei hochinteressant, super miteinander verstrickt und es ist großartig. Es ist wieder ganz toll und es hat begründet den Man Booker Prize gewonnen dieses Jahr. Margaret Atwood ist geboren 1939. Ich feiere sie, es ist eine meiner liebsten Autorinnen und wer es nicht liest, ist selber schuld. Und mein ganzer Atwood-Bahn, nein, es hört noch nicht auf, hat mich dazu veranlasst, noch ein drittes Buch von ihr zu kaufen. Ich habe ja einige Taschenbücher von ihr mit diesem Cover, das alles von einer und derselben Künstlerin gemalt ist. Tamara De La Lempicka oder so ähnlich. Ich weiß es nicht, ich verfolge den Hashtag auf Instagram. Könnt ihr ja mal eingeben. Ich muss zugeben, das war ein Coverkauf. Ich habe Hexensaat selber nicht angelesen. Es soll jetzt auch nicht ihr bestes Buch sein, keine Frage. Aber ich hatte irgendwie ein bisschen Angst, dass es dieses Buch vielleicht irgendwann nicht mehr geben wird und dann werde ich es bereuen. Und deswegen habe ich es mir gekauft. Ich habe es mir sogar neu gekauft und das entstand natürlich alles im Wahn. Der Margaret Atwood, der gerade so rumfliegt. Und ja, ich bin froh, dass ich es habe und ich habe eine ganze Sammlung an Margaret Atwood Büchern mittlerweile und ich bereue es nicht. Ich komme jetzt zu so einem ein bisschen trockeneren Thema und zwar geht es dabei mehr oder weniger um Ratgeber. Ich bin ja so ein bisschen schreibratgebersüchtig im Moment. In den letzten Videos habe ich euch immer mal so wieder einen gezeigt. Und das hat bis heute auch angehalten. Und ich habe die Leseprobe von einem Buch gelesen. Das heißt, so lektorieren sie ihre Texte aus dem Autorenhaus Verlag. Und ich war durch die Leseprobe schnell durch. Das Buch ist recht dünn. Und mir war gleich am Anfang klar, was für eine Art Buch das ist. Es ist mehr oder weniger eine Anleitung dazu, wenn man ein fertiges Manuskript hat, was ich natürlich noch nicht habe, noch lange nicht habe, vielleicht auch nie haben werde, keine Ahnung. Aber das Buch, ja, wollte ich auf jeden Fall anlesen. Und genau sowas habe ich gesucht, weil ich mir nicht im Klaren darüber war, wenn ich jetzt fertig bin, was mache ich denn eigentlich? So, also habe ich es gekauft. Hier steht Schritt für Schritt von der Erstfassung bis zum fertigen Manuskript. Es geht dabei darum, wie man seine Charaktere nochmal überarbeiten kann, wie man seinen, ja, Plot, seine Handlungen nochmal überarbeiten kann. Die Perspektive. Dann gibt es hier so eine Abschnitte, der heißt Szenendoktor. Da geht es wahrscheinlich darum, um zu kürzen. Und noch viele, viele andere. Ob das Buch mir im Endeffekt was bringt, kann ich natürlich erst beurteilen, wenn ich es anwende. Ich kann nur sagen, dass ich, so wie es aufgemacht ist und dass es mehr oder weniger ein Leitfaden für die Überarbeitung ist, das fand ich sehr gut und deswegen habe ich es mir zugelegt. Und viele Bücher aus dem Autorenhaus Verlag werden auch gar nicht mehr aufgelegt. Deswegen bin ich da gerade auch so ein bisschen hinterher, dass ich die auch noch bekommen kann. Ist natürlich auch Gebrauch gekauft. Ja, deswegen ist das bei mir eingezogen. Dann verfolge ich schon länger einen Kanal auf YouTube von Julia Stein. Und zwar ist sie selber Autorin und sie hat es so ein bisschen sich zur Berufung gemacht, andere Autoren oder die, die es vielleicht mal irgendwie werden möchten, ein bisschen anzuleiten und hat sehr viele Tipps und Tricks. Und unter anderem auf ihrem Blog gibt es eben auch eine Sparte mit Schreibratgebern, die sie empfiehlt. Und dieser hier war auch dabei. Das ist Anne Lammert, Bird by Bird. Das ist kein Schreibratgeber im eigentlichen Sinne. Hier steht, es ist ein Guide, der dich durch die Welt der Schreiber, der Autoren führt. Und es soll halt auch lustig sein und motivierend und soll viel Gutes drinstehen. Ich habe von dem Buch schon öfter gehört und deswegen ist es bei mir eingezogen. Ich habe es nicht angelesen tatsächlich. Ich habe die Leseprobe nicht gelesen, weil ich auch hier wieder Angst hatte, dass ich das nicht mal bekomme, weil es eben auch schon älter ist. Ich glaube aus den 90ern. Und gerade diese ganzen Schreibratgeber aus den 90ern, die mich irgendwie am meisten catchen, die gibt es nicht mehr so oft. Und deswegen war ich da jetzt sehr schnell hinterher, dass ich es mir einfach zuschicken lassen habe und ist natürlich auch gebraucht. Hat, glaube ich, 5 Euro gekostet. Und jetzt ist es bei mir. An der Stelle möchte ich euch gerne was fragen. Und zwar, ich quatsche ja sehr viel über diese Schreibratgeber in letzter Zeit. Ich würde mich selbst nicht als Autor bezeichnen, nur weil ich jetzt mal angefangen habe, ein bisschen was zu schreiben. Gar keine Frage. Aber vielleicht interessiert ja den einen oder anderen von euch diese ganze Schreibratgeber-Thematik. Und ich habe da wirklich jetzt schon einige irgendwie auf dem Stapel liegen. Interessiert euch das auch? Soll ich das in meine normalen Videos mit einflechten? Oder möchtet ihr sogar ein separates Video haben? Da, wo ich die euch alle mal vorstelle, welche, die ich schon gelesen habe, die ich gut finde, welche, die ich noch nicht gelesen habe, aber mir davon irgendwie was verspreche. Sagt es mir mal in den Kommentaren. Dann weiß ich Bescheid, inwiefern das Thema bei euch irgendwie auf Interesse stößt. Ja, und kann eventuell dazu dann noch ein kleines Video basteln. Und apropos Schreibratgeber. Im letzten Monat habe ich euch den Sohl Stein über das Schreiben in die Kamera gehalten. Und der zitierte immer wieder aus einem bestimmten Buch. Und diese Auszüge haben mir so gut gefallen, dass ich die Leseprobe gelesen habe. Ich habe euch das auf Instagram auch öfter gezeigt. Dem einen oder anderen wird es also jetzt auch bekannt vorkommen. Sie war alt und ging gebückt, als wollte sie sich selber entzweibrechen. Hätte jedoch nicht die Kraft dazu. Ihr langes, ungepflegtes Haar war unentwirrbar, verfilzt und verflochten. Diese Weichselzöpfe, wie sie sie nannte, waren angeblich von bösen Geistern verdreht, die darin einnisteten und Martha langsam zur altersschwachen Kreisinn machten. Das ist der bemalte Vogel von Jerzy Korsinski. Ein sehr tragischer Autor, der hat sich nämlich selbst umgebracht. Er ist selber 1939 geboren und 1991 wählte er den Freitod. Sehr, sehr tragisch, sehr, sehr traurig. Ich glaube, wenn man dieses Buch durchliest, kann man vielleicht verstehen, warum, wenn man jetzt dem voraussetzt, dass es vielleicht autobiografische Züge hat. Es geht um einen kleinen sechsjährigen Jungen, der zu Beginn des Zweiten Weltkrieges zu Pflegeeltern gegeben wird. Er hat schwarze Haare und schwarze Augen, also ist ein dunkler Typ und gerät ins ländliche Polen. Und dort sind die Menschen so vorsinnflutlich, so abergläubisch, dass sie wirklich ihn als Vieh betrachten. So will ich es mal zusammenfassen. Ich habe das Buch schon durchgelesen. Ich musste bei dem Buch Pausen machen. Ich werde darauf im nächsten Lesemonat eingehen. Ich kann nur sagen, das ist das schrecklichste Buch, was ich je gelesen habe. Dann habe ich hier auf meiner Liste noch zwei Bücher, die ich jetzt irgendwie im Eifer des Gefechts vergessen habe. Und zwar habe ich noch zwei Leseproben gelesen, die ich nicht gekauft habe. Einmal war das das Schöne, Schäbige, Schwankende. Ist geschrieben von Brigitte Kronauer und hat echt fast 600 Seiten. Mich hat das Cover sehr angesprochen. Ich stand irgendwann mal im Buchhandel hier in Kassel und habe das Cover gesehen und es ging mir nicht aus dem Kopf. Und da habe ich gehofft, dass der Text ebenso schön ist. Aber ich habe tatsächlich die Leseprobe abgebrochen, weil es konnte mich überhaupt nicht reizen. Und sie empfand das, was sie sagte, tatsächlich als Geschwafel. Es geht darum, dass eine Autorin in ein Landhaus geht von jemandem, der ihr bekannt ist und dort ihr Manuskript fertig schreiben will, weil sie es irgendwie so nicht hinbekommen hat. Und ja, die ersten, ich weiß nicht, was es war, vielleicht 20 Seiten. Sie erzählt von Gott und der Welt zusammenhangslos, versucht das ein bisschen poetisch darzustellen. Aber das haut es dann im Endeffekt auch nicht raus. Es war einfach wirklich langweilig. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt so böse sagen muss. Aber bei Buchanfängen sollte man doch schon ein bisschen auf mehr Drive achten, glaube ich. Oder wenigstens irgendwas, was einen irgendwie anreizt. Aber der rote Faden war nicht da. Es war kein Plotpoint da. Es war kein Ereignis da. Es war einfach nur irgendwas erzählt. Und das hat mich jetzt nicht so gereizt. Das nächste Buch ist geschrieben von Daniela Krien. Es ist ihr Debütbuch und es heißt, irgendwann werden wir uns alles erzählen. Und viele denken jetzt, was, das hat ihr nicht gefallen? Nein, leider irgendwie nicht. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die dieses Buch sehr mögen. Ich habe das schon ganz oft gesehen und es soll sehr emotional sein. Es geht um die Liebe. Es geht um die 90er. Es ist Sommer und wir befinden uns im deutschen Hinterland. Also irgendwo auf einem Bauernhof, glaube ich. Und ja, zwei etwas jüngere Leute kommen zusammen und fangen an, sich zu lieben. Und es soll ein tolles Buch sein. Habe ich immer gehört, aber ich habe es angefangen zu lesen. Und ich mochte den Erzählton nicht. Ja, ich finde den so ein bisschen stumpf, kann man das so sagen. So ein bisschen einfältig vielleicht auch. Und das hat mir nicht gefallen. Und meine liebe Freundin Diana, die hat mir da nochmal ans Herz gelegt, das Buch vielleicht doch zu lesen. Ja, hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Aber dann sagte ich ihr, dass mir eben der Stil nicht gefällt. Und dann sagt sie, ja gut, der Stil, der bleibt halt wirklich bis zum Ende gleich. Und ich glaube, ich werde es nicht lesen. Auch wenn viele sagen, es ist toll, aber ich mochte den Ton nicht. Es hat mich ein bisschen... Nee, ich mochte es einfach nicht. Deswegen, nee. So, meine Lieben, das Video ist zu Ende. Ich habe euch ganz schön voll gequatscht. Und ich hoffe, für euch war was dabei. Ihr könnt mir ja mal sagen, welches Buch euch jetzt aus meinen Vorstellungen am meisten reizt. Oder ihr könnt mir sagen, welcher Neuzugang aus eurem Monat jetzt der ist, auf den ihr euch am meisten freut. Und vielleicht auch warum. Da freue ich mich sehr drüber. Es ist für mich immer auch eine Art Buchtipp. Und ich gucke mir alles immer an, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Es sei denn, ich habe es schon gelesen oder will es nicht lesen. Ja, ich freue mich über Buchtipps und ich freue mich, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Bye, bye.